Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Frankfurter Grüne Soße, Grundrezept. Zur Frankfurter Grünen Soße, Mundartlich Grisos, gehören traditionell neun Kräuter. Üblicherweise werden die erforderlichen Kräuter von Gärtnern im Stadtteil Frankfurtoberat angebaut und in der richtigen Mischung in weißen Papiertüten auf den Markt gebracht, leider nur regional. Alle anderen Spielarten dieser Soße als die hier beschriebene sind nicht mehr typisch frankfurterisch. Der Reiz dieser landsmannschaftlichen kulinarischen Kostbarkeit liegt in der einfachen Zubereitung. Die Soße bleibt wie zu Goethes Zeiten nur unverändert echt. Gerne wird kolportiert, die Grisos sei Goethes Leibgericht gewesen und von seiner Mutter, Frau Aja, gekocht worden, steht sogar manchmal auf der Papierverpackung der Kräuter. Die kulinarischen Forschungen am Freien Deutschen Hochstift Frankfurter Goethemuseum haben jedoch ergeben, dass das Rezept in regionalen Kochbüchern frühestens um 1850-60. nachweisbar ist und dass es sich wahrscheinlich um eine Abwandlung der italienischen Salsa Verde handelt, die wiederum dem gelehrten Herrn auch geschmeckt haben mag. Die Salsa Verde wurde vermutlich von Einwanderern nach Frankfurt gebracht. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Gewürzkräuter Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Sauerampfer Sauerampfer Schnittlauch Kresse Glatte Petersilie Borage Kerbel Bibernelle Liebstöcke Dill Soße Zwei Eier Weinessig Geschmacksneutrales Speiseöl Frisch gemahlener Pfeffer Salz Zucker Folgende Utensilien werden benötigt. Küchenbrett 1 Kochmesser Topf Schüssel Haarsieb Zubereitung Alle Kräuter fein hacken, die Eier hart kochen, abschrecken und auskühlen lassen. Die Eigelbe durch ein Haarsieb in eine Schüssel streichen. Die Eigelbe mit Essig und Öl unter die Kräuter ziehen. Das hart gekochte Eiweiß klein hacken und unter die Soße geben. Zuletzt mit Salz und einer Prise Zucker abschmecken. Als Beilagen eignen sich Die geschälten Hälften weiterer hart gekochte Eier auf Kopfsalatherzblätter legen und die Soße darüber geben. Salzkartoffeln Gekochtes Rindfleisch, auch kalt. Schnitzel Wiener Art und Bratkartoffeln, auch bekannt als Frankfurter Schnitzel. Kalte, geräucherte, gedünstete oder andergegarte Fischfilets. Gekochte Artischocken Diese Varianten gibt es. Frankfurter Grüne Soße Mit Knoblauchwürzen, Oliven zugeben, nicht mehr typisch. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!